Als Essener Oberbürgermeister freue ich mich darüber, dass wir Austragungsort des Innovationsfestivals am 4. und 5. September sein werden. Das Thema Innovation bringt uns nach vorne, es ermahnt uns aber auch, dass wir den Wandelungsprozess, den Prozess der Veränderung gerade in dieser Region maßgeblich weiter nach vorne treiben müssen. Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können. Das Thema Digitalisierung bestimmt alles. Und es ist die Frage an uns, ob wir Schrittmacher der Veränderung sein wollen oder ob wir am Ende nur zuschauen, wenn andere die Innovation nach vorne bringen. Ich bin dafür, den Wandel mitzugestalten, die Innovation anzunehmen und aus Essen heraus diese spannenden Antworten zu geben auf die Fragen unserer Zeit. Im medizinischen, im Bereich der Start-ups, ja, und am Ende darf auch gefeiert werden mit einem tollen, rauschenden Innovationsball. Ich freue mich drauf, ich bin dabei als Essener Oberbürgermeister.